Yo Leute, was geht? Flakes hier. Die neue Season ist endlich da und es gibt krank viele neue Sachen und auch einen neuen Battle Pass. Und ich hab mir einfach gedacht, wieso werde ich Zane und nicht einfach den Battle Pass schenken und mal gucken, wie sie sich freut. Aber ich werde die ganze Runde so tun, als hätte ich keinen Battle Pass und als würde ich den Battle Pass von ihr haben wollen. Mal gucken, wie sie reagiert. Lasst ein Like da und ein Abo für mehr Videos und tragt auf Ehre mein Creator Code Flakes im Item Shop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Hallo, hallo, Zeno, bist du da? Ja, ja, Flexiboy, ich bin da. Hi. Sollen wir hier unten landen? Guck mal, was hier in der Mitte passiert ist. Nein, 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 lass nicht da landen. Bitte, da landen sehr, sehr viele Leute, Flexiboy. Und ich hab auch von Ufus Angst. Vielleicht kommen die dorthin. Kannst nie wissen, was passiert, was du liebes in dir. Achso, du denkst, dass hier die ganzen Aliens sind in der Mitte, oder was? Ja, 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 klar. Holy moly, was ist hier passiert? Hier sind auch so lila Bäume und so. Landen wir jetzt einfach bei der Liebesinsel, okay? Okay, machen wir. Zum Glück hat sich aber nichts bei der Liebesinsel verändert. Und ich hab eine Waffe, eine neue Waffe hab ich. Wirklich? Hä? Oh mein Gott, was für eine Waffe hast du denn? Ich weiß es nicht, was das für eine Waffe ist. Ich muss mal schauen. Es ist eine Railgun. Warte mal. Ich schieße einfach mal. Oh mein Gott, was ist das denn? Warte. Oh mein Gott, guck mal, denn sie strahlen an. Sieht das so... Alter, sieht das geil aus. Hä, was ist das? Ist das eine Sniper, oder was soll das sein? Ja, das ist eine Sniper. Ah. Echt jetzt? Oh mein Gott. Oh, was ist das da oben? Guck mal im Himmel. Oh mein Gott, ich bekomm Angst. Was ist das? Alter, da ist einfach ein Ufo. Kommen da jetzt Aliens raus? Ey, ich check gar nichts mehr. Was ist hier los? Kommt, wir müssen uns direkt ausrüsten. Ey, Zenosch, alles gut. Bleib hier bei mir. Wir werden das schon schaffen. Okay, Leute, ich bin gerade gemutet. Ich werde jetzt mal einfach Zenosch fragen, wie sie den neuen Battle Pass findet und ob sie den schon hat oder nicht. Mal schauen, was sie da antwortet. Zeno, eine Frage an dich. Ja, Flexiboy. Wie findest du eigentlich den neuen Battle Pass? Oh, hast du eine gute Frage eigentlich. Ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Und du? Also, ich finde den Battle Pass eigentlich mega nice. Hast du den eigentlich schon? Ähm, wieso fragst du mich das jetzt? Die Frage ist, ob du den Battle Pass hast und nicht ich. Nein, ich habe den Battle Pass nicht. Nee, nee, nee. Würde ich dir anvertrauen? Ja, ich habe ihn wirklich nicht, wirklich. Du weißt doch, du liebst Nosekins. Und ich bin ja ein süßer Nosekin. Und ich würde mir niemals den Battle Pass holen mit Aliens. Und du hast sogar Angst vor Aliens. Oh mein Gott, die alle sehen so gruselig aus. Oh, nee, 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 nee. Du würdest aber schon trotzdem den Battle Pass dir holen, oder? Ähm, ja, weil es sich lohnt. Ah. Ja, klar. Okay, okay. Gut zu wissen. Aber wir müssen jetzt erst... Oh mein Gott. Warte mal. Oh mein Gott. Gönn dir die Sniper. Nein, nein, nein. Ich habe diese neue Sniper. Ich will mit der neuen Sniper spielen. Senusch, ich habe eine Frage an dich. Oh, jetzt kommt. Ja, was ist das für eine Frage? Also, wie wäre es eigentlich, wenn dir irgendjemand, einfach zufälligerweise, dir den Battle Pass schenken würde? Wie würdest du reagieren? Oh mein Gott, ich würde mich sehr, sehr freuen. Wirklich? Du würdest dich sehr, sehr, sehr freuen? Ja, sehr, sehr, sehr sogar. Und wieso? Wieso fragst du mich? Und holst du dir denn nicht einfach selber? Willst du ein bisschen Geld sparen? Oder gibst du kein Geld mehr für Fortnite aus? Wieso holst du dir denn nicht? Genau. Da ist schon die Frage beantwortet. Ich gebe kein Geld mehr außer Fortnite. Aber du würdest dich trotzdem freuen, wenn dir jemand den Battle Pass schenkt. Oh ja, sogar sehr. Ja, klar. Oh, okay. Und period. Senusch, wir müssen echt aufpassen. Da unten sind Gegner. Ich habe da unten Gegner entdeckt. Warte auf mich. Warte. Oh, die Sniper da. Brauchst du eine Pump? Ich habe schon eine Tag. Wir dürfen da aber nicht hin, ey. Wir müssen hier noch lange überleben. Ich will hier noch so viel wie möglich erkunden, weißt du? Okay. Hier ist noch eine Tag. Die kannst du dann nehmen. Oh ja, danke schön. Ich habe auch eine blaue Pump hier. Guck mal. Pump nehme ich nicht. Ey, das ist da oben so gruselig, ey. Oh nee, ich bekomme schon Angst. Senusch, du bist doch bei mir. Ich bin hier no skin. Ich beschütze dich, okay? Senusch, dein Ernst? Oh nee. Dein Ernst? Was machst du da, Senusch? Ich habe Angst. Hast du wirklich sowas von Angst? Ja. Ich habe sehr, sehr Angst. Ey, Senusch. Senusch, guck mal. Hör mal zu. Ja. Die Zone kommt jetzt. Wir müssen jetzt in die Zone rennen. Aber wir müssen weg von den Gegnern. Da unten sind Gegner. Achtung. Hier. Oh mein Gott. Da sind blaue Bäume. Guck mal. Wo sind blaue Bäume? Da hinten. Das sieht alles so geil aus. Oh mein Gott. Senusch, nicht schießen, Mann. Die hören uns doch alle. Oh, die Zone kommt. Die Zone kommt. Ich würde dir gerne den Battle Pass schenken. Aber ich muss erst meinen Eltern fragen, ob ich Geld ausgeben kann. Weißt du? Weil, also... Ah, okay. Alles gut. Alles gut. Ich verstehe dich schon. Ich verstehe dich schon. Okay, Leute. Ich bin gerade gemutet. Ihr seht schon, wie nett Senusch eigentlich ist. Sie würde mir den Battle Pass sofort schenken. Und ich bin so gespannt auf ihre Reaktion, wenn sie sieht, dass ich den Battle Pass schon habe und ich ihr den Battle Pass schenken werde. Ey, das wird zu krank, Leute. Bleib dran. Ja, alles gut, Senusch. Ich verstehe dich schon, dass du da erstmal deine Eltern fragen müsstest. Aber ich finde es... Da vorne ist ein Automat. Wo denn? Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Kennst du die Automaten? Ach so. Heiß auf. Hier kann man jetzt mit Gold sich Heilung kaufen. Was? Was ist das denn? Oh mein Gott. Ey, das ist, finde ich, ziemlich, ziemlich nice, Alter. Das finde ich wirklich nice. Und du? Ist schon sehr, sehr geil eigentlich. Oh, da vorne sind pinke Ball mit Flexibol. Oh, ich sehe hier Gegner. Warte mal. Oh, da ist ein Lama. Oh, was machen die mit dem Lama? Das bewegt sich, das Lama. Oh mein Gott. Ach so. Oh, pass auf. Guck mal, komm mal hier hin. Hier ist was. Guck mal. Ey, das Lama hat sich bewegt. Hast du das gesehen? Ey, guck mal, guck mal. Hier kann man telefonieren. Hä? Hier kann man jemanden anrufen. Was ist das denn? Mit wem rufst du denn an? Hä? Ey, was ist denn los? Jetzt kann man hier in Fortnite telefonieren. Hallo? Hört mich jemand hier? Hallo? Hallo? Achtung, Achtung, Seynosch. Warte. Oh, ich bin richtig low, aber die sind auch low. Achtung, Seynosch. Konzentrier dich. Oben ist auch noch einer. Seynosch. Die sind zu gut. Flexibol. Geh. Geh. Hau ab. Flexibol. Geh, 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 geh. Du musst weg von dort. Die sind zu gut. Alles gut, Seynosch. Alles gut. Ich glaub an dich, okay? Ja, ich muss mich kurz zielen. Ich muss mich kurz zielen, okay? Oh, die Zone kommt. Ich werd's nicht überleben, Seynosch. Ich werd's nicht überleben. Noch zwei Sekunden. Eins. Nein. Nein. Oh nein. Ey, Seynosch, ich hab sogar einen genockt gehabt. Egal, komm mal zurück in die Lobby, okay? Okay. Okay, Leute. Ich bin gerade gemutet. Und ich hab da unten gesehen, dass man den Battle Pass einfach nicht verschenken kann. Die Funktion ist deaktiviert. Das heißt, ich werd dir einfach eine Passive Card schenken und damit kann sie sich dann den Battle Pass kaufen. Seynosch, bist du da? Ähm, ja, Flexibol. Ich bin da. Seynosch. Ja? Ich will dir was sagen. Ich möchte dir den Battle Pass schenken. Was? Wirklich? Nein, oder? Das ist ein Scherz. Ja, ich mein's ernst. Weil ich hab ja schon den Battle Pass und deswegen möchte ich dir den Battle Pass schenken, okay? Oh mein Gott, aber brauchst du wirklich nicht Flexibol? Doch, ich schenke dir jetzt einen Passive Card und ein Code. Oh mein Gott. Und du löst den ein und dann kaufst du ihn den, okay? Oh mein Gott, what's up? Warum bist du so süß zu mir? Alles gut, Seynosch. Eine Ewigkeit später. Okay, Seynosch, hast du jetzt dein Guthaben aufgelöst? Ich hab dir den Passive Code geschickt. Ja, hab ich. Okay, dann kauf dir jetzt den Battle Pass und zeig mir, dass du den Skin hast. Okay, mach ich. Warte, einen Moment. Oh mein Gott, Flexibol. Guck mal, ich hab einen Battle Pass bekommen von dir. Ehre, freust du dich? Oh mein Gott, wirklich sehr, 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 sehr. Dankeschön, wirklich. Okay, perfekt. Okay, Leute, das wird's mit dem Video gewesen sein. Wir haben Seynosch eine Freude gemacht. Lasst gerne ein Like da und ein Abo. Und schreibt uns in die Kommentare, ob ich mal einem süßen No-Skin den Battle Pass schenken soll. In Random Duos oder Random Squats. Kuss geht raus. Euer Flex. Ciao. Ciao, ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.